Oh, hey, die liefern das Eis. Warum ist das so groß? Damit es nicht schmilzt. Ist echt interessant, wie die das machen. Ach, du bist diese eine Fische... Oh! Oh! Ging das schnell mitten in die Fresse? Oh! Der Wilde Westen ist eine ganz furchtbare Gegend. Alles und jeder will dich töten. Wütende, besoffene Leute, wilde Tiere, Maschiten. Selbst der Doktor. Ich konnte sie nicht retten. Sie hatte einen Splitter-Dock. Da kann man halt nichts machen. Willkommen in unserer supergeilen Stadt. Wie ist dieser Jahrmarkt so? Wir sterben jedes Jahr ein paar Leute. Ehrlich? Jetzt bitte stillhalten! Oh! Stillhalten! Gefährlich, so ein Jahrmarkt. Ja, echt gefährlich. Irgendjemand in dieser Stadt wird sterben. Alter, irgendjemand hat gleich richtig verkackt. Nicht schießen, heute ist Schecksabend. Hör zu, wenn du den in einem Duell besiegst, bist du ein echter Held. Das ist der übelste Revolverheld der ganzen Gegend. Ich bring dir bei, wie man schießt. Ach du Scheiße, da kommt meine Ex. Schnell, tu so, als wärst du meine Freundin. Ich bin seine Freundin. Eine Menge sexuelle Aktivität. Rund um die Uhr, Mann. Ich, ich, ich lebe quasi in ihr. Also, wenn du mir einen Brief schicken willst, dann adressier ihn am besten an ihre Vagina. Ja. Puh, das war echt ein langer Tag. Dieser eine Mann wollte, dass ich eine Zigarre rauche und dann auf seine Eier abasche, während ich ihm einen runterhole. Und ich dachte nur, Was, krieg ich das hin? Aber ich hab's geschafft. Wow. Dein Job ist so interessant. Jeder Tag ist anders. Ich weiß, du bist hier, Stark. Was meinst du? Wir klauen eine Pulle Whisky und brennen durch. Ja, das fände ich klasse. Dein Schwanz hängt raus. A million ways to die in the West. Vielleicht ist der wilde Westen doch gar nicht so kacke. Kann ich ein hübsches Paar wie euch für ein Wundermittel interessieren? Oh! Ach, du Scheiße!